elftes kapitel herodes wird stadthalter von ganz syrien antipater von malichus vergiftet ermordung des malichus in eben dieser zeit fiel auch der anfang des großen römischen bürgerkrieges dessen nähere veranlassung darin zu suchen war daß brutus und cassius plötzlich den caesar meuchlings ermordeten anmerkung dies geschah am 15 märz 44 vor christus dieser mord rief die größte aufregung hervor die machthaber gerieten miteinander in streit und jeder schlug sich in der hoffnung seine persönlichen zwecke erreichen zu können zu der partei die ihm den größten vorteil zu versprechen schien da machte sich cassius nach syrien auf um die bei apamea stehenden truppen für sich zu gewinnen hier söhnte er murkus mit bassus aus stiftete frieden zwischen den einander feindlichen legionen und befreite so apamea von der belagerung dann durchzog er selbst an der spitze eines heeres das land und legte den städten fast unerschwingliche kriegsteuern auf als er nun auch die juden zur zahlung von 700 talenten verpflichtete verteilte antipater aus angst vor den drohungen des cassius die schleunige eintreibung des geldes auf seine söhne und einige andere verwandte unter denen sich auch der ihm wenig freundlich gesinnte malichus befand so sehr drängte ihn die not der erste der den römer zufriedenstellte war herodes denn er lieferte als bald seinen anteil aus galiläa im betrage von 100 talenten ab und kam dadurch in große gunst bei cassius der nun die übrigen wegen ihrer saumseligkeit mit schmähungen überhäufte und auch den städten selbst gewaltig zürnte die einwohner von goffner amaus und zwei anderen städten zweiten ranges schleppte er in die sklaverei und ging sogar so weit dem malichus mit hinrichtung zu drohen weil er die eintreibung so lässig vornehme von ihm jedoch und von den übrigen städten wandte antipater das verderben dadurch ab dass er in aller eile den cassius durch zahlung von 100 talenten beschwichtigte malichus erwies sich indessen nach dem abzuge des cassius gegen antipater keineswegs dankbar sand vielmehr gegen den der schon wiederholt sein retter gewesen auf hinterlist und suchte ihn aus dem wege zu räumen weil er seine freveltaten zu verhindern wusste antipater den die macht und verschlangenheit des mannes beunruhigte begab sich auf die andere jordan seite um dort zu abwehrt tückischer anschläge einher zu sammeln als nun malichus auf seinen schlichen ertappt war suchte er die söhne antipater durch frechheit zu berücken indem er sowohl phaser el den befehlshaber von jerusalem als auch herodes dem die waffenkammer unterstellt war durch ausflüchte und eidschwüre dahin brachte dass sie ihn mit ihrem vater wieder aussöhnten ja als murkus der damalige statthalter von syrien sich anschickte den malichus wegen seiner aufrührerischen umtriebe hinrichten zu lassen trat antipater sogar für malichus ein und rettete ihm das leben als so dann der krieg zwischen dem jungen caesar octavianus augustus und antonius einerseits cassius und brutus andererseits ausbrach warben cassius und murkus in syrien einher und da sie sahen wie herodes einen großen teil der dazu erforderlichen mittel beisteuerte ernannten sie ihn zum stadthalter von ganz syrien und gaben ihm eine abteilung von truppen zu fuß und zu pferde cassius versprach ihm auch noch obendrein er wolle ihn nach beendigung des krieges zum könig von judäa machen denn antipater aber kostete die machtstellung seines sohnes und die demselben eröffnete glänzende aussicht das leben denn malichus der eine solche stärkung des einflusses antipater sehr ungern sah bestach einen der königlichen mundschenken dem antipater gift zu reichen so starb denn dieser tatkräftige und in der leitung wichtiger angelegenheiten so kundige mann dem hyrkanus die wiedergewinnung und befestigung seiner herrschaft verdankte während eines gastmals als opfer von malichus bosheit malichus verstand übrigens die erbitterung des volkes das ihn im verdacht des giftmordes hatte dadurch zu beschwichtigen dass er die tat schlank weg leugnete zugleich aber war er darauf bedacht seine macht zu vergrößern indem er sich truppen sammelte denn er nahm an dass erodes nicht ruhig bleiben würde dieser schien auch in der tat als bald an der spitze eines heeres um sein vater zu rächen doch da sein bruder fahrsel ihm riet den mann nicht offen zu verfolgen weil derselbe sonst das volk aufwiegeln würde ließ erodes sich herbei die rechtfertigung des malichus anzuhören tat als wenn er weiter kein argwohn mehr gegen ihn hege und veranstaltete seinem vater ein glänzendes leichen begräbnis so dann wandte er sich nach samaria das von unruhen zerrüttet war und stellte daselbst die ordnung wieder her worauf er mit seinen soldaten zu einem feste nach jerusalem zurückkehrte auf anraten des malichus dem der anmarsch des herodes furcht entflößte sandte nun hyrkanus dem letzteren den befehl entgegen keinen fremden zu den eingeborenen herein zu bringen da dieselben sich zur festfeier geheiligt hätten herodes aber achtete weder diesen grund noch die person desjenigen der den befehl erlassen hatte und rückte bei nacht in die stadt ein alsbald kam malichus wieder zu ihm und jammerte über antipater herodes seinerseits verschillte sich ebenfalls obwohl er seinen zorn kaum zu bemeistern vermochte richtete aber dann ein schreiben an cassius der so wie so auf malichus nicht gut zu sprechen war und führte über die ermordung seines vaters bittere klage cassius schrieb ihm zurück er soll an dem mörder rache nehmen und erteilte zugleich den ihm unterstellten tribunen insgeheim den befehl herodes bei diesem akte der gerechtigkeit zu unterstützen eben hatte cassius laudikea eingenommen und von überall her kamen die großen zu ihm mit grenzen und sonstigen geschenken diesen zeitpunkt bestimmte herodes zur rache malichus aber der sich im gebiete von tyrus befand schöpfte verdacht beschloss seinen beiden thüriern als geisel leben den sohn heimlich von dort weg zu schaffen und schickte sich an selbst nach judäa zu entfliehen seine verzweifelte lage gab ihm sogar noch großartigere pläne ein er dachte nämlich da cassius gerade von dem kriege gegen antonius in anspruch genommen war das volk zum abfall von den römern zu verleiten den jokanus mit leichter mühe stürzen und selbst könig werden zu können doch das schicksal spottete seine hoffnungen herodes nämlich der seine absichten durchschaut hatte lud ihn mit hyrkanus zu einem gastmahl ein dann rief er einen der in seiner nähe befindlichen sklaven zu sich und schickte ihn weg dem anschein nach um die zurüstungen zu male zu treffen in wirklichkeit aber um den tribunen sagen zu lassen sie möchten sich vor der stadt in einen hinterhalt legen diese ging dann auch eingedenkter befehle des cassius mit schwertern bewaffnet zur stadt hinaus bis ans ufer wo sie den malichus umringten und durch zahlreiche stiche töteten hyrkanus war darauf vor schrecken ohnmächtig kam aber dann langsam wieder zu sich und erkundigte sich bei herodes wer den malichus umgebracht habe als ihm darauf einer der tribunen entgegnete ein befehl des cassius rief dieser aus so ist also cassius mein und meines vaterlands retter indem er den aus dem weg schaffen ließ der beiden gefährlich war ob nun hyrkanus wirklich so dachte oder ob er nur aus furcht seine worte dem stattgehabten vorfall entsprechend einrichtete mag dahingestellt bleiben genug herodes hat auf diese weise seine rache an malichus befriedigt